Wusstest du, dass in Deutschland die Aufklärungsquote von Fahrraddiebstählen unter 10% liegt? In Österreich bei 7% und in der Schweiz sogar unter 5%. Geübte Diebe können binnen weniger Sekunden ein Schloss knacken und sich damit einen schnellen Euro verdienen. Wenn es sich um ein E-Bike im Wert von Tausenden von Euro handelt, ist der Deal sogar noch besser. Die gute Nachricht ist aber, du kannst so einiges tun, damit dein Rad oder E-Bike eben nicht gestohlen wird. PowerUnity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von PowerUnity und verrate dir in dieser Folge 7 Experten-Tipps, mit denen du dein Bike garantiert nicht an Diebe verlierst. PowerUnity Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere hier den PowerUnity-Kanal und werde Teil unserer Powerful-Community. Und jetzt geht's los mit Tipp Nummer 1. Erster Tipp, ein gutes Schloss kaufen. Unverzichtbar für ein E-Bike ist ein Fahrradschloss. Aber welches Schloss schützt wirklich, wenn es darauf ankommt? Für die Polizei ist die Sache klar. Ein einfaches Rahmenschloss bietet einfach zu wenig Sicherheit. Besonders sicher sind stabile Bügel- oder Kettenschlösser. Am besten zertifiziert und getestet. Sinnvoll sind auch Schlösser mit einem akustischen Alarm, der den Dieb unmittelbar und sofort abschrecken kann. Doch ein Schloss am Fahrrad allein reicht nicht. Am besten befestigst du es an einem Gegenstand. Und damit sind wir schon bei Tipp Nummer 2. Zweiter Tipp, E-Bike richtig anschließen. Schließe dein E-Bike immer an einem festen Gegenstand an. Zum Beispiel an einem Laternenpfahl, einem festmontierten Fahrradständer oder einem Zaun. So können es Diebe nicht einfach davontragen. Einem Kunden von uns ist genau das passiert. Das Schloss war nur ans Fahrrad gekettet. Ohne das Schloss zu knacken, wurde das Fahrrad von einem Dieb in die nächste Garage gebracht. Dort wollte er das Schloss in aller Ruhe mit einer Akkuflex durchtrennen. Zum Glück wurde das Bike mittels des Bike-Tracks GPS-Trackers geortet und der Dieb auf frischer Tat ertappt. Aber dazu später mehr. Tipp Nummer 3. Komponenten zusätzlich sichern. Fahrraddiebe stehlen nicht nur ganze E-Bikes. Auch einzelne Teile wie Akkus, Lichtsysteme oder Sattelstützen sind eine wertvolle Beute. Und oft schnell entwendet. Mit einem Hexloks Spezialsicherungssystem verhinderst du, dass sich Komponenten einfach abschrauben lassen. Wenn du wissen willst, wie du Hexloks als Komponentensicherung richtig benutzt, hilft dir dieses Video sicher weiter. Vierter Tipp. E-Bike am richtigen Ort abstellen. Wenn du dein E-Bike im freien Parkst, suche den richtigen Ort dafür aus. Besonders sicher sind natürlich Orte, an denen viele Menschen unterwegs sind. Plätze mit Videoüberwachung, zum Beispiel vor einem Geschäft. Und, wenn es dunkel ist, in der Nacht natürlich hell beleuchtete Ecken. Laut Statistik ist dein E-Bike aber leider nicht einmal zu Hause sicher. Ganz im Gegenteil. Es werden mehr Räder zu Hause gestohlen als an öffentlichen Orten. Von einem aufgebrochenen Garagentor oder einem aufgebrochenen Kellerabteil kann dir zum Beispiel Ernst Weber berichten. Der Einbruch endete mit einer Festnahme und einem Happy End. Mehr dazu in Episode 2 der Pau Unity Bike Tracks Hit-Serie. Hier oben. Fünfter Tipp. Versicherung abschließen. Dein Fahrrad kannst du bis zu einer bestimmten Summe in einer Hausratsversicherung mitversichern. Für teure E-Bikes empfehlen wir aber eine extra Fahrradversicherung. Am besten natürlich eine, die dein Bike auch gegen Unfälle und Verschleiß absichert. Aber Vorsicht. Versicherungen zahlen nach einem Diebstahl nur dann, wenn dein E-Bike auch abgeschlossen war. Bekommst du von der Versicherung dein Geld zurück, ist das toll. Aber trotzdem gilt, keine Versicherung der Welt kann dir dein geliebtes Bike ersetzen. Tipp Nummer 6. GPS-Tracker montieren. Der moderne Standard im E-Bike-Diebstahlschutz heißt GPS-Tracker. Den GPS-Tracker Bike Tracks von Pau Unity kannst du mit wenigen Handgriffen im Inneren deines Bikes montieren. Dann verbindest du ihn mit einer App auf deinem Smartphone. Sobald nun jemand dein E-Bike bewegt, wirst du von der App benachrichtigt. Du kommst zu spät, um den Diebstahl selbst zu verhindern? Mit Bike Tracks kannst du den Standort deines E-Bikes in Echtzeit verfolgen. Übermittle ihn ganz einfach in der App an die Polizei. Auf diese Weise hast du die besten Chancen, dein E-Bike wiederzubekommen. Mit dem Bike Tracks GPS-Tracker hatte schon so mancher Kunde von Pau Unity sein Happy End nach einem Diebstahl. Wenn du dich selbst überzeugen möchtest, dann schau doch einfach mal in unsere Best-of-Bike-Tracks-Hits-Folge rein. Hier verlinkt. Tipp Nummer 7. Fahrradpass speichern. Wozu du einen Fahrradpass benötigst? Nun, ganz einfach. Damit beweist du, dass ein gestohlenes Fahrrad auch tatsächlich dir gehört. Enthalten sollte dein Fahrradpass folgende Angaben. Zum einen die Marke und das Modell deines Fahrrads. Die Rahmengröße und die Rahmennummer. Die Farbe deines Bikes und falls vorhanden, eine Fahrradkodierung. Den Wert deines E-Bikes solltest du ebenfalls angeben. Deine Versicherung, falls du denn eine hast. Mit welchem Fahrradschloss du normalerweise dein E-Bike sicherst. Ein Foto des Bikes und ein Foto des Kaufbilligs. Und natürlich weitere besondere Merkmale. Kommen wir zum Fazit. Aus unserer Erfahrung können wir dir sagen, den einen besten Diebstahlschutz gibt es leider nicht. Am sichersten fährst du, wenn du mehrere Vorsichtsmaßnahmen miteinander kombinierst. Vielleicht brauchst du nicht unbedingt eine Versicherung, aber auf drei Sachen möchtest du sicher nicht verzichten. Ein sicheres Schloss, wenn möglich eine akustische Alarmanlage, die den Dieb direkt abschreckt und einen GPS-Tracker, der dein E-Bike rund um die Uhr live orten kann. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten? Schau doch einfach auf unserer Themenseite PowUnity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche genau das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonnier einfach diesen Kanal über einen Klick auf diesen Button. Und schau dir alle PowUnity erklärt Artikel ganz einfach als Video an.